Ich meine, du stirbst ja auch noch, nachdem die Möpze endest und so, ich denke, das sind einfach die Punkte und die werden nicht resettet. Hm, auch schon. Mal ausprobieren. Ja. Weil es ist in der Gegend auch, dass du überhaupt keine Punkte bekommst, wenn du das machst. Am Schluss eine Flagge markieren, einen draufdrücken und dann gucken, was passiert. Tausend Punkte. Oder von uns. Oh, dieser Anfang von Shooting Stars. Hm, wofür? Von diesen Lead Shooting Stars. Meme of the Month. Ja. Oder dieser Pasta-Troktor. Aber sie ist auch richtig gut, einfach nur. Dieser Anfang ist einfach... Ich weiß grad gar nicht, was du meinst. Also ich kann's gar nicht mehr hören mittlerweile im normalen Kontext, war einfach... Sing mal, Frederic. Nein. Ach komm schon. Du machst alles aber, ne? Aber ein Lied an singen machst du nicht. Ah, singen ist nicht so mein Ding. Doch. Du kannst mal Muni geben für den Heavy Tank, bitte. Also P-Poliz. Und tschüss mit drauf. Und der to drive. Er repaired. Na, der ist nicht mehr. Der wird gut landen, äh seine Beige. What the fuck. Boah, ich sollte mir vielleicht muten, wenn ich selbst Gespräche führe. Na egal. Passt schon, wir sind das gewohnt. Oder ich jedenfalls. Woll ich auch gerne mal. Ja, Juli macht's. Was? Der hat zwei Dau-Repair gehabt. The fuck. Aber zwei. Danke, du hast dir auch noch nicht aufgegeben. Basti, was macht ihr da? Ich regeneriere mein Leben. Und das Pferd fährt leicht auf dich. Ja. Da muss nur irgendwo hin liegen hier. Da vorne ist ein Heavy Tank raus. Hallo. Oh Leute, ihr wisst ja was ihr mal ausprobieren müsst. Ne. Oder wenn ihr Tomatensaft mögt. Nein, also niemand wird irgendwas ausprobieren, Frederic. Das ist Brokkoli, Spinat, Pizza. Ja, warte. Warte im gleichen Level. Wartet mal ab. Ihr müsst in den Tomatensaft mal ein bisschen Tabasco reinmachen, Alter. Das schmeckt so geil. Ja, das ist ja klar. Das ist umgekehrt. Ja. Das ist ja wie, ob du Chilisoße frisst. Trinkst. Das ist sicherlich auch geil. Also ich muss sagen, ich stehe natürlich auch auf scharfe Sachen. Also mich zum Beispiel. Ich wusste, dass es kommt. Ich dachte, bevor Jakob jetzt aufspringt. Ne. Ich war kurz davor. Mir ist kein Spruch an mir angefangen. Der konnte sich wahrscheinlich kaum halten, ja. Oh. Vorlage. Vorlage. It's happening. I'm ready. I'm ready. Stay fucking cold. Da geht in meinem Gehirn so eine rote Alarm. Sirene los. Vorlage. Vorlage. Alle waren auf Joke Station. Verarbeiter. Verarbeiter. Joke Station. Joke Station. So inside out style. Und das war auch ein geiler Film, ey. Indeed. Einer der besten Animationsfilm der letzten Jahre. Der hat schon wieder... Der Heavy Tank hat einfach dauerhaften Daurepairer. Ja, ich weiß, es ist doppelt gemoppelt, aber... Ich muss sagen... Keine Ahnung, was hier hast du... Zootopia geguckt? Oder so... Warte. Was moved denn? Ja, aber ich muss sagen... Hat mir doch angehittet, Mark. Also... So eine ganz andere Filmanlage war, so... Das stimmt schon. Weil bei Zootopia, da hat es ja... So Tiere, die dann irgendwie... Alle diese Sachen verkaufen, die sie mir interessieren. Ja. Das hat man ja schon mal gesehen. Beim zweiten Teil gibt's da... Cross DC's Relationships. Wow. Mit schönen Sex-Szenen. Äh. Die hättest du gerne. Ja klar. Die Furries unter uns. Ja. Regel 34 dieses Internets, ne. Es gibt Regeln. Es gibt vor allem einfach Pornos. Warte, lass uns das mal googlen. Ich schicke euch nen Link. Ähm... Furry Porn. Natürlich. Du... Toll... Vier... Wie viel Regeln weißt, dass du nochmal... Ne... 34 ist das, ne. Ja. Ich bin Confused. Komm, Mark, wir gehen zurück nach B. Das wird dir durch 2. Ja, ich bin ein Erwachsener. Aber ich weiß nicht, ob Erwachsener... Ja. Kannst meins nehmen. Ja. Ist voll. Oh mein Gott. I have seen things, I don't know. I have... Oh mein Gott, nein. Da findest du's nicht, Mark. Musst du dir mal vorstellen, deine Eltern sehen deinen Suchverlauf. Ja. Ah, ich hab den Kopf mit dem Fenster geöffnet. Oh. Kennt sich aus. Weiß was er tut? Macht er öfter mal. Wer weiß, was er tut? Endlich weiß er aber, was er tut. Ich muss immer das Flashtel klirrt mit Headshall-Symbol. War im ersten Moment nicht ganz beim Thema, wie was die... Ach, sie haben Porn gedacht, Alter. Pferd... Pferdeporno. Suchen. Bauchdecker AD. Was ist denn? Tausend Wege ins Gras zu beißen, die Frau, die gestummen ist, weil sie ein Pferd gefickt hat. Ja. Ja? Ja. Ja, ich meine, deine Bauchdecker ist halt echt weg. Ne. Ne, nicht die Bauchdecker. Hat halt innen bei ja alles aufgehauen. Ja. Ich würde mal sagen, Gebärmutter AD, oder? Das ist schon... Das ist schon ganz schönes Wunder, dass das Pferd darauf anspringt, ja. Ja, what the fuck. Ja, Loch ist Loch. Ja, das muss ich auch gerade sagen. Das ist doch der Merkur aus Programm. Mark wird immer stiller. Ich glaube, er hat Angst. Ja, das ist auch oft genug auf Programm. Als ob mich das erstört, stimmt. Dann bin ich auch wieder. Das ist es man gewohnt schon mittlerweile. Ja. Also so schnell bringt er ja nichts mehr aus der Fassung. Ich meine, wenn er jetzt vielleicht auch noch singen würde, ja. Das würde ein Teil. Für mich. Das meine bin ich besoffen oder so. Aber dann auch nur Santiano, Alter. Müssen wir Max mal fragen, ob er es aufnimmt. Oh, scheiße. War Frederik nicht mehr besoffen im TS? Ja. Ein oder zwei Mal warst du da. Ja, zwei Mal. Und dann hat das Trinken abgeschworen. Du hast dich aber übelst, immer übelst fertig angehört. Ja, ich bin dann auch immer übelst fertig. Da weißt du. Es kommt bei mir. Ich bin so ein Trinker, weißt du. Erstmal wie eine Hive-Phase. Die dauert dann zwei Stunden. Und dann bin ich einfach nur fix und wenn ich hin möchte. Egal wie viel ich getrunken habe. Also selbst wenn ich nur bei deinem Bier getrunken habe. Bin ich zwei Stunden richtig gut drauf. Und dann bin ich müde. Einfach nur müde. Todmüde. Ich bin immer todmüde. Mein Leben. Da kommt ein Car reingefahren nach hier. Will der auch mal weggehen von dem Gunner-Ding? Wo kommt der her? Der ist hier bei mir in die Tür reingefahren. Er hat mich fast überfahren als ich rausgehen wollte. Was soll ich dir erzählen? Bring ihn um. Habe ich schon. Ich schieb's weg. Unser Squad-Mate könnte es vielleicht kaputt machen. So als Pio. Squad-Mates. Block da auch noch meine Mate. Okay. Okay. Dann darf ich halt andersrum. Hm. We cappen sie auch. Lol. Die haben jetzt zum zweiten Mal gedraht. Alter. What? Wie oft kommt das vor? Sonst nie. Das ist das erste und zweite Mal in diesem... In mir das gedraht wurde. Fuck. Ich hab hier Ammo, Marco. Falls du. Dann hast du den Ding angeguckt, John da. Storks. Böööö. Auch an ihm, gotta film. Wirklich bescheuert dasselbe. Oder Wall-E. Ich hab's gar nicht packen. Wally hab ich natürlich gemacht. Ja. Ich? Wally! Verdammt. Mit diesen fetten Menschen. Alleine wegen diesen fetten ja. Richtig gut einfach nur. Ich dachte du hast nicht geschaut. Wally? Natürlich hab ich Wally geschaut. Stalker. Stalker. Na komm schon. Machen wir das. Wontap. Was? Wontaps. Die Wontaps. Und vom Pferd geholt. Wontaps. Aber dafür hast du den Kill bekommen. Ich hab das schon erlebt. Okay. Ich hab das Pferd getötet. Ja ich wurde gerade von 8 Leuten oder sowas geschossen. Hab mir am Endgett hingeworfen und dann einfach zickzack gelaufen. Und die haben mich nicht getroffen. Die haben mich hochgehalten. Auch gut. Das ist einfach das Beste am Kavallerie. Ein Paddle fehlt einfach. Leute die nicht treffen. Gib mal Ammo Kavallerie. Oh mein was ist das für ein Haufen ey. Ich hab echt ich hätt erstmal an. Ja, aber Richard knapshottet einen und tötet zwei andere mit dem Splash Damage. Das war auch nicht lächerlich. Gut. Gut. Also im echt hätte der Kopf die Explosion absorten wird. Ja. Hm. Real Life mit Basti. Wollen wir eine Serie draus machen? YouTube Red Series. Oder Red Tube. Das sind zwei stark unterschiedliche Dinge. Pfff. Du kannst auf beiden Minefield schauen. Pfff. 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 Komm Team jetzt. Raft. Ja. Huh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Heavy Tank hat sie nicht gesehen. Was ist das gerade für kranke Ames? Das ist trotzdem nicht rape. Hey ich halte. Ich dachte sie drauen ne. Aber sie haben sie nicht gedraut. Haha. Sup. Auf einmal der Heavy Tank hat weg. Er ist ein Magia. GG. Das wollte einfach nicht rauskommen. Magia. 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 Was hast du gesagt? Oh Gott. Auch so was. Kommt nicht mehr drauf. Was war das Frederic? Ist es nicht. Ich glaube Morg habe irgendwie abgeschlossen mit dem Leben im Moment. Also normaler Mark. Ne. Gratis wirklich. Gut besser. Wir haben eine Festung angeschossen. Wir haben eine Festung angeschossen. Wir haben eine Festung angeschossen, dann kriege ich direkt danach noch einen Hit von irgendwo anders. Und dann tauchen wir einfach durch würde ich sagen. Und dann tauchen wir uns erst noch gekehrt. Ich schwimm einfach neben Mark her Da wird alles gut Sollten wir wahrscheinlich nicht so frontal drauf gehen Hm, was drauf ran, ok Let's go Ah genau, und der rennt weg, wo will der denn hin? Kannst doch nicht einfach abhauen, Junge Wow, wie ich faile, ok der trifft aber auch gar nichts Was ist das, ey? Widerstehung mit dem Spiel ist, wie sieht die Physiker voraustritts Physik in Battlefield, Kappa Ist doch relativ ok Außer es geht um leichen und herunterfallende Vehikel Oder Explosionen Oder Bäume Die einfach um die Ecke gehen kann Eigentlich alles Ja Also wenn echt um ein Meter Um die Ecke Wow Mark hinter mir steht Ich bin grad runter gesprungen Da war ein Typ direkt neben mir geschnitten Ne, ich steh immer noch neben mir Ich bin grad noch nicht 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 Klassischer Mark Ah ne, ey Der liegt mir Der liegt mir Der gibt so keinen Sinn Der gibt so keinen Sinn Fuck You what? Also entweder der teammate wäre der Sniper Und der mit der MP18 Und der hat ihn rausgeschossen Ich ruf der Sniper Ich hoff die MP18 Ich ruf der Sniper Ich ruf der Sniper Ich ruf der Sniper Ich will jetzt echt nach G gehen Nach G gehen Nach G gehen Wie viel hast du gemacht? 0 oder 1 25 Ich glaube Ah ne, ich hab noch Spotbonus Ich weiß nicht Wird dann 25 Wohin so leer das ist Ich frage doch mal, ich solche Sachen machen Was willst du schon wieder? Basti Äh Mark Hahaha 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 Hast dir grad Abo hingelegt Hahaha Ich will voll zu dem Denkwoll Ich gehe jetzt mal nicht Hahaha Der Denkwoller auch zu dir kommt Hahaha Warum kommt dein Ding mit zurück? Ich kann nicht alleine sein Nein Hahaha Flägernke Den war halt heute Der Hass auf Mark ballt wieder rein Häh So lange man noch drüber lachen kann Der Point of no return erreicht einfach nur Häh Haha Häh 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 Hüh Häh 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 Ich habe keinen Hufen gehört Ich habe mich umgedreht Ich warte mal, das ist schon zu spät. I love it. I'm even mad. Oh, da kommt er wieder! Wenn Magdi bleibt. Besser Panzer oder sowas. Boah. Ich hab's wieder überlebt. Ich hab's wieder überlebt. Das geht doch gar nicht. Wie kann man so unlucky sein? Ich bin mal nackig. Oh, echt, ganz im Ernst. So anlackig geht dann echt nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Alles einfach mal wieder. Ich hab einen guten Krieger geholt. Wurde ich arrived, der Medik ist vorgerannt. Ich hab mich auch mitgeholt. Oh Gott. Und trotzdem noch ganz ein zutabendes KD. Ich mach's. Oh! Einzig schlimm. Oho. An diesem Tomatensaft Tabasco. Das ist nicht unten der Tabasco. Buh! Jocken. Das wird noch kacken, aber das war die Schärfensamm immer so. Ja. Wer gewöhnt, wer gewöhnt ist, ne? Immer das auch. Na, irgendwann ist das Brennangenehm. Ne? Genau steht, was die... Eigentlich nicht unbedingt, aber... Ja. Oh Mann. Ich... Ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Ich baue von der Solte weg. Ne, mir liegt. Wo dass ich hier noch lebe. Ich schnaufe nur noch. Ich schnaufe nur noch. Das hab ich mir gedacht. Wie sieht's hochschulen aus? Äh, ist hochgeladen. Also... Wir könnten's gucken. Passt doch perfekt. Ja, ich muss mir erst meinen Tomatensaft, äh... Ausgemessen wieder neu laufen. 69-1 gespielt. Wie? Ich geh mittlerweile auch mal. Aber ich hab keinen Bock mehr zum Brot zwischen mir oder so. Mark, wieso bist du so oft gestorben? Ich bin so wenig gestorben. Ich hoffe einfach nur, dass Juli mal ne Woche so Lack hat wie Mark. Ich spiel' ich halt ne Woche nicht mehr. Ich spiel' ich halt ne Woche nicht mehr. Ich würde Juli nicht erst spielen, glaube ich. Wobei Mark ist natürlich schon ein anderes Level, muss ich ja mal sagen, ne? Ja, also wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Okay, dann halt halt mal mein Badluck für Juli. Das heißt mit Badluck, ja. Ich hab halt Gott-Movements.